Hi Leute, willkommen zurück hier bei Familie Reuss und ja, Corinna wacht hier gerade auf. Ich wusste gerade eben kurz nicht, was ich reden möchte. So, okay, Corinna geht's unglaublich gut, sie muss nicht mal frühstücken oder sonst was, deswegen würde ich sagen, starten wir direkt in den Tag. Ich meine, da kann man die Zeit ja auch einfach nutzen. Und dann können wir mal ein bisschen Nektar herstellen, wäre mein Plan. Ich kann hier mal füttern. Elias schläft noch ein bisschen, die beiden hier schlafen noch ein bisschen. Ich glaube, Mara wird den halben Tag verschlafen, die ist sehr, sehr müde immer noch. Ja, aber gucken wir mal. Wir haben jetzt Wochenende, Herbst. Ich dachte auch, es war ja ein Vorschlag, dass wir vielleicht irgendwie so ein bisschen in unserem Garten zelten könnten. Vielleicht jetzt auch übers Wochenende. Wir können aber auch, weil ich glaube, es gibt hier in der Nachbarschaft auch tatsächliche Zeltplätze, dass wir vielleicht da sogar hingehen könnten. Hier gibt es ja so ein Dingensgarten, aber ich glaube, hier gab es doch mindestens einen Zeltplatz irgendwo. Oh, das ist das. Ich meine, ich hätte einen gesehen. Vielleicht habe ich mir das auch noch eingebildet. Ich bin mir gerade unsicher. Was gibt es hier denn so? Okay, nichts Besonderes. Ich dachte, ich hätte hier auch einen Zeltplatz gesehen. Hier ist nur ein Teich, ne? Ja, hier ist nichts. Okay, habe ich mir das echt nur eingebildet? Jetzt bin ich ein bisschen enttäuscht. Ich war mir sicher, ich hatte einen gesehen und dachte mir dann so, ja, nee, das passt jetzt nicht unbedingt für diesen Sim. Aber es ist trotzdem eigentlich eine ganz coole Idee. Aber scheinbar haben wir doch gar keinen. Na ja, dann halt nicht. Dann halt nicht. Ja, dann können wir ja vielleicht echt mal ein Zelt kaufen und können vielleicht mal so mit der ganzen Familie hier irgendwo übernachten. Weil ich das eigentlich echt cooler gefunden hätte, woanders übernachten zu gehen. Sonst können wir ja auch einfach an einen dieser Angelorte gehen und da übernachten. Das ist ja jetzt eigentlich auch nicht das Problem. Das könnten wir auch selber improvisieren. Was gibt es hier eigentlich? Okay, hier gibt es so Grillmöglichkeiten und sowas. Und was ist das hier hinten alles so? Oh, okay. Auch wie so eine alte Ruine. So ein Haus, das vielleicht abgebrannt ist. Was ist das hier für ein Haus? Wer wohnt hier? Für mir Hooks. Okay. Spannend. Ey, jetzt bin ich echt ein bisschen enttäuscht. Wegen der Sache mit dem nicht vorhandenen Campingplatz. Campingplatz. Naja. Genau. Du musst einmal das Obst pressen und Nektar herstellen. Wie ist denn unser Nektar geworden, den wir gerade geerntet haben? Ja, wunderbar. Ist doch schon mal was. Was haben wir denn hier noch drin? Traumnektar? Klar. Beide, ne? Genau. Hier haben wir Honig. Hier haben wir Ebbelwoll. Hier haben wir den Limonen-Nektar. Sehr schön. Dann machen wir hier mal die Pflaume rein. Und dann ist das hier alles doch schon ganz gut sortiert. Du kannst direkt mal duschen gehen und dann was frühstücken. Geht es ihr jetzt jeden Morgen so, dass sie sich unsichtbar fühlt, wenn sie aufwacht? Das ist ja anstrengend. Oh, weiß ich ja nicht. Weiß ich ja nicht. Aber okay. Ich habe übrigens mir jetzt eine Mod runtergeladen. Die kann ich euch gerne verlinken, wenn ihr möchtet. Ich muss halt nochmal testen, wie sinnvoll die ist. Ähm, mit der man halt irgendwie... Weil man kann ja, wenn man in der Band ist, kann man halt Gigs bekommen. Allerdings sind die eher selten und man muss halt darauf achten, ob der Sim gerade angerufen wird. Also es ist ziemlich anstrengend, Gigs zu bekommen. Aber mit dieser Mod sollte das hier eigentlich einfacher gehen. Ähm, wir können zumindest mal Rockstar studieren. Wir können mal gucken, was es da für eine Möglichkeit gibt. Eigentlich müsste es da auch die Option Check for Gigs geben. Die habe ich da jetzt nicht gesehen. Aber mal sehen, vielleicht kommt die ja noch. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir so ein bisschen mehr mit der Band Sache auch machen könnten mit Valerie. Deswegen schauen wir da mal. Und dann könnten wir hier mal ein bisschen frühstücken. Und dann gehen wir nämlich mit Elias heute ein bisschen tauchen den Tag über. Und mit Corinna schauen wir mal. Mit ihr schauen wir mal, was wir mit ihr machen. Ich würde sie eigentlich gerne noch ein bisschen weiter schreiben lassen heute. Wenn ich ehrlich bin. Hier, drei Simoleons zum Sieg können wir weiter schreiben. Wie weit sind wir denn mit dem Buch aktuell? 49% noch, okay. Na gut, das ist ja, das ist ja okay. Das wird ja noch besser, würde ich mal sagen. Dann können wir mal hier zumindest die drei mal einschalten. Ich glaube nämlich tatsächlich, das sind so die wichtigsten. Besuche das Rockkonzert am Veranstaltungsort Programmkino. Äh, ja, können wir mal machen. Können wir mal machen, da hinzugehen. Ist das heute Abend? Ja, heute Abend maximal bis 10. Wann genau muss man da hingehen? Zwischen 17 und 23 Uhr. Okay, das kriegen wir ja wohl hin. Das kriegen wir ja hin. Ähm. Ich bin immer noch wegen dem Campingplatz ein bisschen enttäuscht. Immer noch. Das geht auch nicht einfach weg. Aber okay. Ähm. Ja, dann können wir ja bis dahin vielleicht mal... Vielleicht kannst du hier mal die Wäsche holen. Dich mal um die Bienen kümmern. Und dann können wir danach mal... ...zu Rachel gehen vielleicht. Mal zu Rachel nach Hause mit ihr ein bisschen quatschen. Wäre eigentlich ganz cool. Wir können sonst auch mal auf ein Date gehen mit... Mit... Mit Efen. Das wäre auch eine Option. Haben wir denn schon das Herbstfest? Scheinbar ja, ne? Rechnungen müssen wir bezahlen. Ist schon ein Herbstfest? Ja. Fände ich nämlich irgendwie ganz cool, hier aufs Herbst... Aufs Herbstfest zu gehen. Zusammen irgendwie ins Spukhaus zu gehen und solche Sachen. Wäre eigentlich auch keine schlechte Idee. Ähm. Lassen wir uns vielleicht das mal heute machen. Dass wir ihn vielleicht um eine Verabredung im Herbstfest bitten. Warum nicht? Und dann sind wir auch schon in der Innenstadt. Das wäre vielleicht gar keine so verkehrte Idee. Ja. Okay. Und die Kleine schläft wie gesagt aus. Du kannst dir dann mal ein U-Boot-Abenteuer gönnen. Und danach nochmal ein paar Pfannkuchenfrühstück. Boah, dann geht's dir klein natürlich super. Ähm. Genau. Du schreibst noch ein bisschen. So, Elias. Hast du das Feuer angezündet? Möchtest du... Äh. Rösten wir mal Marshmallows. Weil den Aal brauchen wir halt noch. Wir haben gestern Abend ja nichts Neues gefangen. Also... Röstest du halt ein paar Marshmallows. Ist auch okay. Hauptsache wir haben ein bisschen Frühstück, ne? So, okay. Unser Date findet statt. Im Stadtzentrum. Hier. Okay. Gibt's hier eigentlich irgendwas, was hier abgeht? Oder ist das einfach nur hübsch? Ich glaube, es ist einfach nur hübsch. Aber das ist auch okay. Hier oben kann man wahrscheinlich nicht hingehen, oder? Oh, doch. Kann man? Oh, wie cool. Kann hier überall lang gehen. Finde ich ein bisschen schade, dass dann hier aber auch nicht wirklich was ist, ne? Das ist alles begehbar, aber eher ein bisschen leer. Schade. Ah. Naja. Guck mal, da fährt Valerie gerade los. Genau. Nee, ich würde sie tatsächlich heute einfach mal ein bisschen schreiben lassen. Und dann kannst du vielleicht noch was zum Mittagessen. Sie ist gleich wach. Das passt doch eigentlich ganz gut. Wie sieht's aus? Du isst gerade? Wie viel Hunger sättigt das? Gibt das ein bisschen Hunger oder nicht so? Uff. Okay. Ja, dann müssen wir noch ein paar mehr Marshmallows rösten. Wir müssen ja schon so ein bisschen für unseren Tauchgang gewappnet sein mit Marshmallows. Wow. Okay. I find es schon mal da. Das ist sehr gut. Und dann? Ich weiß nicht, ob fünf Wandgemälde passen. Kuchen weit essen. Uh, warum sieht Ethan denn so gut aus gerade? Warum hat er dann seine Abendkleidung an? Ich meine, das stört mich nicht, aber... Können wir auf jeden Fall direkt mal ein Kompliment übers Aussehen machen. Und nein, ich möchte ihn nicht in unserer Band haben. Sollten sie lieber nicht in der Band haben. Oh, hier sind Kinder. Leo Robbins und Dolly Waldron. Oh. Mit denen könnten wir uns natürlich theoretisch mit Mara anfreunden. Okay, seid ihr gleich mal fertig mit Quatschen, damit unser Date startet? Jetzt muss man aber ein bisschen abwarten, damit es auch wirklich startet. Und dann kann man die eigene Interaktion machen. Okay. Gut. Dann können wir mal ein Kompliment über sein Aussehen machen. Und dann... Und... Kennen wir denn schon seine Merkmale? Nee, wir wissen bisher nur, dass er charismatisch ist. Das wäre vielleicht ganz cool, wenn wir da noch ein bisschen herausfinden würden. Ähm... Genau, die Mohnnektar. Haben wir fertig. Nach seinem Tag fragen. Und vielleicht können wir noch mal irgendwie einen Insider-Witz erzählen. Das wäre doch ganz gut. Und was können wir denn... Oh! Sind das Emma und Gavit? Nee. Anna Wu und Gavit sind das. Okay. Die beiden Kinder machen hier beim Apfelbeiß-Wettbewerb mit. Sehr schön. Das Joffrey Brown. Okay. Oh, ich finde es toll, wie viele Leute hier tatsächlich auf dem Fest sind. Hätte ich gar nicht erwartet. Finde ich sehr, sehr cool. Oh, wer ist hier? Eup, okay. So, dann können wir ja vielleicht noch ein bisschen... Hm... Genau, Wange streichen vielleicht. Ja, das passt. Kleine Frühstück gerade. So, wie sieht es bei dir aus mit deinem letzten Marshmallow? Ja, wir können ja heute Abend dann auch noch mal hier was Feuer ausmachen. Wir können ja heute Abend hier auch noch mal was rösten, weil wir doch bestimmt... Wir können, glaube ich, nicht das Hausboot in den Tauchbezirk verlegen, oder? Das wird wahrscheinlich nicht gehen. Aber tauchen gehen können wir schon mal. Als ob hier... Als ob ich mir den Campingplatz nur eingebildet habe. Auch hier, ne? Hier irgendwie so ein richtig cooler Pierce und all das. Also halt... Es gibt richtig schöne Orte, aber das ist so ein bisschen, als wären wir hier in der Sims 4 Welt. Alles sieht cool aus, aber es gibt nicht wirklich was zu tun. Hm. Hm. Weiß nicht. Da wünsche ich mir doch irgendwie noch so ein bisschen mehr Aktivität, ein bisschen mehr Sachen zu tun. Aber dann würde ich vielleicht versuchen, dass wir... Ja, wobei eigentlich von Samstag auf Sonntag... Ähm... Campen gehen macht schon am meisten Sinn, ne? Wäre schon am sinnvollsten eigentlich. Oh, Siegelfreuden süß. Ist das so warm heute? 23 Grad geht eigentlich. Naja. So. Ähm... Genau. Du machst das so ein bisschen. Du kannst vielleicht mal hier aufräumen. Und dann möchtest du ja mit einem Puppenhaus spielen. Kannst du ruhig mal machen. Und danach kannst du auch mal Hausaufgaben machen. Das wäre gut. Dann hätten wir nämlich den Samstag schon mal ganz gut genutzt. Und... Wobei, wenn heute 23 Grad sind, könntest du eigentlich eher ins Schwimmbad gehen. Das fände ich eigentlich besser, dass du da mal hinreist. Ähm... Hier, den Pool mal besuchen. Ja. Das fände ich gut. So. Genau. Könnt ihr vielleicht mal ein Großkartenfoto zusammen machen? Weil ich glaube, die haben noch gar keins zusammen. Mit wie vielen Leuten wir uns machen können? Aber wir machen nur eins mit Efen. Erstmal. Das passt. Und dann wünschte ich mir irgendwie, wir könnten vielleicht zusammen ins Spukhaus gehen. Aber ich glaube, da kann man nur alleine reingehen, leider. Aber... Gehen wir halt alleine einmal rein und tun so, als ob Efen einfach nur keine Lust hatte, mit reinzugehen. Das wäre ja auch eine Möglichkeit. Genau. Hm. Dann würde ich aber noch irgendwas Spaßiges mit ihm zusammen machen wollen. Ähm... Vielleicht danach noch irgendwie in die Bar gehen oder so. Oder in den Film schauen. Stimmt, es ist Samstag. Wir könnten zusammen da in den Film schauen mittags. Das wäre eine Option. Wir haben hier eine schöne Grußkarte zusammen. Lass uns doch mal die Cyborg-Ziegenhürden schauen. Warte. Ja, doch. Mit der Verabredung zusammen schauen. Das klingt gut. So. Okay. Du bist schon unter Wasser. Sehr, sehr schön. Du bist auf dem Weg zum Schwimmbad. Du schreibst immer noch. Dann suchen wir hier doch mal ein paar Fischis. Wäre der Plan. Haben wir schon ein paar gefunden. Sind hier schon welche? Ich sehe hier noch keine. Das ist natürlich ungünstig. Da ist was. Ist zwar nur eine Muschel, aber wir nehmen auch alle Muscheln mit. Hier ist was im Wasser. Sehr schön. Wir wollen halt eigentlich noch einen zweiten Aal finden. Das ist halt so unser Hauptziel. Weil wir immer noch diesen Tauchauftrag haben. Und in unserer Karriere kommen wir tatsächlich nur voran, wenn wir diese spezifischen Dinge fangen, die man von uns verlangt. Von diesen Tauchaufträgen. Was es halt ein bisschen kompliziert macht. Naja. Aber wir geben uns mal Mühe. Versuchen es mal. Da ist doch noch was. Genau. Und ich habe hier schon eine Menge Spawner platziert. Das ist halt das Ding. Ich habe hier schon eigentlich einiges platziert. Aber das heißt ja nicht. Das ist glaube ich die Quale, die ich schon gesehen hatte. Das heißt trotzdem nicht, dass die Sachen, die man hier tatsächlich möchte, auch da sind. Ah! Ist das... Das ist ein weiterer Aal! Sehr schön. Sehr, sehr schön. Da bin ich schon mal ganz zufrieden drüber, dass wir noch einen weiteren Aal gefunden haben. Dann können wir nämlich endlich mal unseren ersten Tauchauftrag abgeben. Oh, hier ist ein Pferdi. Okay, sie braucht glaube ich noch eine ganze Weile. Aber ich finde es so schade, dass man da immer keinen Spaß hat, wenn man hier zusammen im Film schauen geht. Ich finde die Sterne schauen, mit dem Plaudern. Oh! Da ist das alles sehr, sehr lieb. Wie weit sind wir jetzt so? 91 Prozent! Uh! Okay, ich lasse ihr das echt mal zu Ende schreiben und dann kann sie was essen. Ich fände das, fände ich fair. So! Uh! Hier ist sogar ein Kind! Joffrey Brown ist hier. Okay. Meine Liebe, jetzt kannst du hier... Uh! Und Shannon? Shannon Tulip? Ach so, sie ist erwachsen. Okay, ich dachte gerade so, hä? Ist hier ein Kind? Nee, aber... Wir können hier reinrutschen! Yes! Und dann können wir hier reinspringen! Oh mein Gott! Das Kind wird so einen Spaß haben. Das Kind wird so einen Spaß haben. Viel, viel Freude auf jeden Fall. Das klingt, als ob das sehr, sehr cool wäre. Kann sie auf jeden Fall ein bisschen schwimmen. Ich weiß gar nicht, ob sie eine Schwimmfähigkeit aufbaut oder eher nicht so. Keine Ahnung. Wir gucken hier derweil noch mal nach weiteren Fischen. Da ist der Aal. Also außer, dass das nicht der gleiche, aber ich denke mal schon, dass das der gleiche ist. Wir klicken einfach noch mal auf Fangen. Ich nehme auch noch einen dritten. So ist es nicht. Den haben wir bestimmt auch schon, oder? Das hat das Ding. Ich verliere hier komplett die Orientierung und weiß nicht, wo wir schon waren und wo nicht. Und dann will ich immer alles doppelt fangen. Aber halt, ne? Lieber doppelt fangen anstatt gar nicht fangen. Und wir brauchen immer noch Level 8 der Tauchfähigkeit und wir sind immer noch nicht so weit. Ich habe jetzt schon den Sims teilweise schneller Lerner gegeben als Lebenszeitbelohnung. in der Hoffnung, dass wir dann vielleicht schneller die Fähigkeit bekommen, also gerade Elias, dass sie hier mal auf Level 8 tauchen kommt, damit wir endlich zum dritten Tauchgrundstück kommen können. Das ist richtig schlimm hier, ey. Ich will endlich mal das dritte Tauchgrundstück sehen. Habe ich da was? Yes! Oktopus. Nice. Sehr gut. Neues Fischi. Was mein Problem dann ist, wenn wir einen neuen Tauchauftrag bekommen und dann heißt es zum Beispiel sowas wie 5 Muscheln fangen, 10 dann die vorherigen Muscheln, die wir schon jetzt gefangen haben, nicht? Oder 10 die doch dazu? Wenn sie doch dazu sehen, wäre cool, aber wenn nicht, müssten wir ja nochmal 5 finden. Das ist schon eher ein bisschen anstrengend. So, Muschelhorn. Genau. Jetzt den. Habe ich da? Ist da eben gerade was in den Boden rein? Ich bin mir nicht sicher. Wir können nochmal hier diese Truhe öffnen. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass ich die schon mal geöffnet habe. Aber wir können sie einfach nochmal öffnen, gucken, ob vielleicht nochmal was drin ist. Aber ja. So. Oh, es regnet. Dann würde ich sagen, ist unser Date ins Wasser gefallen. Wir können mal uns verliebt im Arm und die Verabredung beenden. Und dann kannst du ja auch mal das Rockkonzert besuchen. Dann hätten wir nämlich die Aufgabe auch erledigt. Wayne, kann es sein? Ja, Wayne ist noch ein... Wayne ist noch ein... Vampir. Gut. So. Aber das war doch immerhin schon mal ein Date. Bist du jetzt eigentlich fertig? Ach, du hast jetzt einfach aufgehört, dein Buch zu schreiben, was? Naja. Das ist verständlich. Ist schon irgendwie verständlich. Können wir ruhig machen. Ähm... So. Und dann können wir nochmal ein bisschen Traumnektar machen. Yes, wir haben ein Aal gefunden. Und dann kannst du vielleicht mal dein... Für ein Date war das ganz okay. Lass uns nächstes Mal einfach was ganz anderes machen. Okay. Das ist in Ordnung. Also halt verstehe ich, wenn er das so sagt. Wenn er sagt so, hey, ich hätte gern irgendwie Bock auf was ganz anderes. Können wir auf jeden Fall machen nächstes Mal. Ich finde gar kein Problem. Gar kein Problem. Sehe ich ein. So. Und jetzt regnet es halt. Ne? Ist halt irgendwie nicht so cool jetzt. Hier dann im Schwimmbad zu sein. Wenn es regnet. Ähm... Haben wir noch ein Kind hier? War hier nicht vor noch ein Kind? Oder ist das auch schon weg? Glaub, das ist auch schon gegangen. Ähm... Ja. Ein bisschen enttäuschend. Vielleicht können wir ja... Ist deine Hausaufgaben nicht gemacht? Ach, Kind. Vielleicht können wir ja zu jemandem nach Hause gehen. Ist irgendwo ein Kind zu Hause? Ah ja, hier. Guck mal. Das ist Robins Kind. Vielleicht können wir das mal besuchen. Das fände ich ganz cool. Und rennt es direkt raus, sobald ich sage, dass es... Justina ist hier. Ah. Spannend. So. Genau. Dann kannst du jetzt hier einmal noch mal das Obst pressen. Den Nektar herstellen. Und dann kannst du vielleicht noch mal was malen. Weil ich glaube, du brauchst gerade ein bisschen Spaß einfach. Hatten wir jetzt einfach mit Corinna heute mal einen entspannten Tag zu Hause. Ups. Das ist... Der Limonen-Nektar. Der war hier, oder? Nee. Hier. Hier. Okay. Da war der. Gut. Wie sieht's aus? Ist das jetzt einer, wo noch was drin ist, oder? Ich schaue eben jedenfalls noch mal ein bisschen weiter. Ist das noch... Ah, das ist Philipp. Philipp Moore. Okay. Hi. Ah. Da ist noch eine Muschel. Oh, wir haben tatsächlich noch Sachen drin gefunden. Okay. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob wir das vorher schon mal geöffnet haben, oder nicht. Ich habe halt das Gefühl, dass ich das eher mal zurücksetze. Und dann finde ich es ein bisschen cheaty, wenn wir das die ganze Zeit öffnen. Aber... Ist okay. Ist okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das beim ersten Mal hier übersehen habe. Uh. In der Disco tanzen. Das können wir auf jeden Fall machen. Können wir eigentlich auch direkt nach dem... Nach dem Konzert-Ding-Sie machen. Nachdem Valerie da jetzt fertig ist mit ihrer Aufgabe. Können wir da ruhig direkt hingehen. Wie sieht unsere Trauchfähigkeit aus? Oh, immer noch. Immer noch so viel zu sammeln. Uh. Hier haben wir eine Flaschenpost. Flaschenpost. Die will ich. Sehr schön. Noch eine. Nice. Sehr, sehr gut. Was haben wir hier? Ein Uhrzeitfossil, glaube ich. Können wir auch mitnehmen. Fisch. Den können wir heute Abend essen. Sehr schön. Ist hier irgendwas? Ne, das sind nur Anemonen. Hier ist aber noch was. Uh, ein Schwertfisch. Nice. Ja, wenn man lang genug hier bleibt, dann kommen die ganzen Fischis auch immer wieder. Das ist schon ganz nützlich. Es ist halt ein bisschen dunkel hier, sehe ich ein, sehe ich ein. Aber, ja. Wenn man hier halt mal einen Tauchtag verbringen will, dann muss man damit irgendwie klarkommen. So. Oh. Hm. Ja. Aber das, das ist doch schon mal ganz in Ordnung. Dann würde ich tatsächlich sagen... Oh. Noch ein Aal. Ist das dein Ernst? Noch ein Aal. Sehr, sehr gut. Okay. Das ist super cool. Ähm. Es ist inspirierend, tollen Bands zuzuhören und zuzusehen. Am besten war, als Fallen Stars auf die Bühne geholt wurden, um eine Nummer mit den heulenden Lamas zu spielen. Oh. Wir haben bei dem Auftritt viel gelernt. Sehr schön. Sehr schön. Uh. Wir sind jetzt eine Garagenband geworden. Das hat jetzt auch für unsere Bandeinnahmen gezählt. Nice. Du hast genug verdient, um das Recht zu beanspruchen, voller Stolz in der Öffentlichkeit zu spielen. Das ist aber noch lange kein Grund, übermütig zu werden. Übt Tag und Nacht, um euch jetzt Bands zu verbessern. Oder statt Beifall fliegen euch Tomaten entgegen. Oh. Ja. Das wäre vielleicht tatsächlich ganz gut, wenn uns keine Tomaten entgegenfliegen. Das wäre, das wäre ganz nett. Ja. So. Okay. Ähm. Wo ist der Ort, wo wir tanzen sollen? Hier. Oh. Nee. Ich möchte jetzt eigentlich nicht gerade im Regen dahin gehen. Sorry. Sorry, das ist jetzt eher nicht so mein Fall. Weiß ich nicht. Ähm. Können wir zu jemandem nach Hause gehen? Nicht unbedingt, ne? Aber wir können hier vielleicht irgendwo mal essen gehen. Hm. Ist ja nicht das Restaurant. Ja. Genau. Ja. Lass uns hier einfach mal. Uh. Wir könnten hier mit Rachel zusammen essen. Ja. Lass uns das mal machen. Ich meine, sie müsste ja auch hier sein quasi. Steht sie hier auch rum? Ach. Guck mal. Da ist sie tatsächlich. Ja. Dann lass doch mit Rachel zusammen essen gehen. Das finde ich cool. Und mit Eve. Warte, warte, warte. Mit Chase auch. Moment. Moment, Moment. Lass uns mit beiden zusammen essen gehen. Hier essen mit Chase und Rachel. Weil wir waren ja jetzt zusammen bei diesem Ding. Lass uns da zu dritt essen gehen. Ich wusste gar nicht, dass tatsächlich die anderen beiden von der Band auch mit herkommen. Oh, das ist cool. Das ist cool. Ja, dann lass uns da zu dritt hingehen. Wie sieht's hier aus? Ach, ich spät fangen draußen. Ich dachte, ihr habt euch nur Hallo gesagt. Krass. Ähm. Okay. Äh. Wollen wir da vielleicht mal lieber reingehen? Es ist ein bisschen, bisschen nass hier draußen. Finde ich. Bisschen nass. Aber wir könnten hier mal herbeirufen. Weil halt, dann müssen wir nicht draußen im Regen quatschen. Finde ich. Finde ich eher nicht so cool eigentlich. Schön, wie sie irgendwas gesagt hat. Jetzt kommt das Kind nach drin. Oh. Ich glaube, wir sind noch nicht gut genug befreundet, um hier über Nacht zu bleiben. Beziehungsweise wir sind noch überhaupt nicht befreundet. Was ein bisschen schade ist. Weil das wäre natürlich perfekt. Aber. Können wir ein Kompliment machen. Kennenlernen. Komplimente übers Haus. Und. Und zumindest so gut es geht versuchen anzufreunden. Wäre meine Idee jetzt. Ja. 20 Muscheln finden. Nee. Ja. Wir haben Tauchen Level 8 erreicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Leute. Tauchen Level 8. Jetzt muss ich nur noch. Oh hi. Frank Johnson. Jetzt muss ich nur noch diese Tauchhöhle finden. Ah. Jetzt bin ich total panisch. Hilfe. Wo ist diese Tauchhöhle? Die ganz unterirdische. Also die so. Die in diese Schlucht runter geht. Ich finde die einfach nicht gerade. Äh. Hier. Hier. Ja. Yes. Okay. Dann lass uns da erkunden. Ich weiß wir haben Hunger. Aber es ist egal. Wir werden langsam müde. Aber das ist auch egal. Ich hoffe dass es klappt. Dass es nicht verbuggt. Und dann könnten wir jetzt endlich wahrscheinlich. Also ich nehme mal an dass diese Höhle uns dann in den in die dritten äh in das dritte Tauchgrundstück führt. Das hat die andere Höhle ja auch gemacht. Die erste Höhle hat uns ja zu dem hier geführt. Und dann hat ne dass die alle so miteinander verbunden sind. Nehme ich mal an. Ist so das Ding. So. Hol dir mal den Aal. Unsere Aalaufgabe haben wir auch erledigt. Das heißt die könnten wir auch schon bringen demnächst. Oh das läuft doch gut. Elias. Elias. Ab. In die Tauchhöhle. So. Ich muss einmal kurz Corinna ne Aufgabe geben. Sonst hat die hier gerade nix zu tun. Oh das ist ein süßes Bild. Oh. Das behalten wir. Das möchte ich behalten. Ja. Okay. Dann kannst du jetzt mal noch den Buch zu Ende schreiben. Weil wir waren ja kurz davor. Wie viel Prozent sind wir noch entfernt? Sechs Prozent. Komm das schaffst du noch Corinna. Das schaffst du heute noch. Wir haben heute mal einen produktiven Schreibtag. So. Genau. Dann können wir hier mit Leo noch mal ein bisschen reden. Noch mal ein bisschen kennenlernen. Über den Regen reden. Ein bisschen tratschen. Genau. Das wäre ganz cool. Und vielleicht ne Kissenschlacht machen. Du isst hier noch. Okay. Okay. Wir müssen zu Elias. Weil ich glaube wenn ich dran bleibe funktioniert das vielleicht eher als wenn ich nicht dran bleibe. Als wenn ich nicht dabei bin. Jemand hat die Sandburg von Tavana zerstört. Oha. Das ist schon ein bisschen krass. Ups. Ähm. Wir lassen das Essen zurückgehen. So. Sehr schön. Wir haben noch mal Geld bekommen. Geld ist wichtig, Leute. Ich möchte echt endlich das neue Tauchgrundstück erforschen. Wenn das jetzt nicht klappt, müssen wir, werden wir halt einfach. Ja, Elias. Oh, das ist verbarkt. Schade. Okay. Wenn das jetzt nicht klappt, gehen wir einfach das nächste Mal regulär zum Tauchgrundstück. Geh mal dein Piratenschiff besuchen. Das letzte Tauchgrundstück ist nämlich, das müsste glaube ich mehr bei uns in der Nähe sein. Das müsste doch das hier sein, ne? Hidden Reef. Ah ja, okay. Ähm. Wir müssen jetzt für Druckausgleich sorgen. Aber das sollte es theoretisch sein. Ob wir darüber eine der versteckten Inseln finden können. Das wäre schon sehr, sehr cool. Das wäre ziemlich cool. Wir haben ja zwei verborgene Inseln. Und das ist ja sein Lebensziel, alle unentdeckten Inseln zu besitzen. Bin ich mal sehr gespannt, ob das was wird. Ob das was wird. So, okay. Du möchtest die Gitarrenfähigkeit verbessern. Du möchtest sie sogar perfektionieren. Dann werden wir auf jeden Fall noch dran arbeiten. Schön mit euch beiden nochmal essen gewesen zu sein. Aber ich gehe jetzt nach Hause. Wir gehen jetzt nach Hause. So. Oh, haben wir uns mit Leo angefreundet? Sehe ich das gerade richtig? Sehe ich das gerade richtig? Oh, kann ich übernachten? Warte, wir können gleich die Kissenschlacht machen. Kann ich erstmal hier übernachten? Yay! Drei Simulians zum Siegesfeld. Warum gehst du den jetzt runter? Hey, Leo! Ist das dein Ernst gerade? Wo gehst du denn jetzt hin? Ah, auf Toilette. Okay. Dann warten wir einmal kurz. Müsst du halt eigentlich auch gleich noch auf Toilette. Ich wüsste auch gar nicht... Okay, wir haben ja, ähm, genau, unseren Schlafsack dabei. Dann ist ja alles okay. So, du bist da, oder? Ähm... Oh, es hat sogar mit Regnen aufgehört. Dann kannst du mal hier das Feuer entzü... Oh, warte mal. Kannst du dich mal umziehen? Wisst ihr, was ich auch die ganze Zeit vergessen habe bisher? Äh, Elias hat doch ein Piraten-Outfit. Wir sollten ihn das anziehen lassen, wenn er hier schon auf seinem Piraten-Schiff ist. Finde ich. So, können wir mal das Futter nachfüllen, das Feuer entzünden. Und dann kann er mal einen seiner Fische hier grillen. Wir haben ja einige jetzt. Oder wenn Elias schon auf dem Piraten-Boot ist, dann soll sich das auch lohnen. Und Corinna würde ich jetzt eigentlich ins Bett bringen. Ah, wobei, lass uns nochmal... Lass uns nochmal einmal Nektar herstellen. So, wie sieht's bei dir aus? Ah ja, genau, du bist nach Hause gegangen, ne? Dann kannst du einfach schlafen gehen. Du gehst zwar hier als erstes schlafen heute von allen, aber das ist ja nicht so wichtig. So, können wir hier übernachten, Leo? Wir haben uns gerade mit dir eingefunden. Ja, fühle dich ganz gut zu Hause. Sehr schön, sehr, sehr schön. Das ist unsere erste Freundschaft, die wir jetzt haben übrigens, ne? Oh, bewundern, genau. Und dann könnten wir mal hier auf Toilette gehen. Sehr, sehr schön. Ach, das freut mich. Können wir hier auch mal die gute Freundschaft... Uh, beste Freundschaft. Yes, bitte. Wenn schon, dann richtig hier. Wenn schon, dann wollen wir hier direkt beste Freunde werden. Und dann kann ich hier mal... Können wir hier irgendwo den Schlafsack reinstellen? Vielleicht mit Wolf Objects on. Der geht doch jetzt bestimmt schlafen, oder? Der Leo. Das sieht sehr danach aus. Und dann kannst du vielleicht hier auch mal schlafen gehen. Ich hoffe, ich stehe jetzt wieder aus. Ich hoffe, das funktioniert, wenn das da steht. Okay. Ach ja. Wir haben richtig viel mit Tauchen geschafft. Wir haben eine Freundschaft geschlossen. So, was? Ich würde sagen, vielleicht den Lachs. Den Lachs können... Oh, wir können sogar mehrere Sachen zusammenrösten. Man kann das nämlich, glaube ich, auch mit Gemüse kombinieren. Das ist eigentlich ganz gut. Oder man kann auch nur Gemüse rösten. Das ist voll gut. So, okay. Corinna. Einmal nochmal Obst pressen, Nektar herstellen. Du kennst die Sache. Und dann kannst du auch schlafen gehen. Genau. Sie geht schlafen. Klappt das bei dir? Dass du dich in den Schlafsack legen kannst? Funktioniert das? Ja. Sieht sehr gut aus. Auch sehr schön. Wir übernachten hier. Na. Das freut mich doch auch. Dass das hier geklappt hat. Mit dem Übernachten. Mit unserer ersten Freundschaft hier. Sehr gut. Genau. Oh. Sie liegt ein bisschen in der Wand drin. Aber, ähm. Ups. Ist passiert. Ah, hier sind Scott Robbins und Faye Robbins. Okay. Genau. Und Elias gönnt sich jetzt mal einen Fisch, den er heute mit eigenen Händen gefangen hat. Ich weiß auch nicht, wie das, ehrlich gesagt, funktioniert. Dass man beim Tauchen einfach die Fische fängt, indem man zu ihnen hinschwimmt. So. Naja. Aber. Hauptsache, es hat geklappt. Hauptsache, wir machen hier unsere Tauchaufträge. Und dann würde ich super gerne auch mit Elias noch weiter daran arbeiten, noch mehr Tauchsachen zu machen. Und dann können wir auch zu dem anderen Tauchgrundstück endlich reisen. Und ach, das wird alles toll. Das wird alles super. Ich freue mich sehr. Elias ist jetzt nicht so in dem Familien-Ding drin. Aber das war er halt noch nie. Also, das war auch schon immer die Sache. Elias hat halt gerne Familie. Und er wird halt auch noch ein zweites Kind haben wollen. Und er möchte auch noch ein zweites Kind haben. Aber er ist trotzdem halt ziemlich eigenbrötlerisch. Er ist eigentlich gar nicht ein Einzelgänger. Aber ich stelle ihn mir trotzdem halt so ein bisschen Einzelgängerisch vor. Also, es ist nicht so, dass er keine Gesellschaft mag, sondern halt einfach, er ist am liebsten auf seinem Boot. Er fühlt sich am wohlsten als Pirat auf seinem Boot. Und draußen in der Natur, vor allem im Wasser. Und ja, deswegen ist das halt so ein bisschen das Ding bei ihm, dass er ziemlich viel alleine da unterwegs ist. Aber ich versuche das so ein bisschen in Einklang zu bringen mit Elias. Beziehungsweise, er versucht das so ein bisschen in Einklang zu bringen. Aber ja. Dann war es das für heute mit der Folge. Ging irgendwie schneller rum als gedacht. Wir haben viel getaucht. Wir haben viele Sachen geschafft. Wir hatten so ein mittelmäßiges Date mit Ethan. Müssen wir nochmal besser machen. Aber ja. Habt noch einen schönen restlichen Tag, Leute. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.